Hey Leute, in meinem heutigen Video zeige ich euch mein Outfit of the Day und mein Outfit of the Night von gestern. Und dann fangen wir einfach mal direkt schon mit meinem Outfit of the Day an. Wie ihr seht, ist mein Outfit nicht wirklich farbenfroh, aber bei dem Wetter hatte ich auch nicht so viel Lust auf bunte Klamotten. Und ich trage eine tolle Jeans von Zara und dieses total coole Secondhand Top. Meine Schuhe sind ja diese ganz alten bunten Sandalen und der Gürtel ist auch Secondhand und die Tasche, die hier so cool durch die Luft fliegt, ist von H&M. Und die Kette ist von meinem Papa und dann habe ich noch ein schwarzes H&M Top drunter. Und ich war gestern eigentlich nur einkaufen und habe noch so ein paar Sachen erledigt. Und dafür ist das Outfit eigentlich perfekt, weil es einfach total bequem ist, aber trotzdem nicht langweilig ist, sondern ein bisschen was Besonderes hat. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Outfit of the Night. Und zwar war ich nämlich gestern mit meinen Eltern Abendessen und da wollte ich mich so ein bisschen schicker anziehen. Und ja, dafür habe ich dann einfach dieses coole Kleid von H&M gewählt, eine Secondhand Jacke und die Schuhe habe ich einfach angelassen. Und das Tolle an dem Outfit ist auch, dass man es auch super im Winter eigentlich tragen kann, wenn man einfach nur eine Strumpfhose anzieht und ein paar andere Schuhe. Und dann kann man das auch super im Winter tragen. Und das war es jetzt auch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und hinterlasst mir am besten einen Kommentar und ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Tschüss!